Heute sprechen wir über die mündliche Abiturprüfung in Informatik und drei Tipps, die du von mir bekommst. Willkommen zurück Abiturathleten, mein Name ist Leo Eccl und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traum-Not-Shit kommst. Informatik war ein Fach, was ich selbst die ganze Oberstufe auch hatte und es hat eigentlich mega Bock gemacht. Hat eigentlich mega Bock gemacht. Vor allem in der 10. Klasse durften wir so Snake und so ein Shit selber programmieren, das war richtig geil. Und ich habe auch nochmal Rücksprache gehalten mit einem Kumpel von früher aus der Schule, der jetzt auch Informatik studiert und auch mit einem anderen sehr guten Informatik-Abiturienten. Und wir drei sind so auf im Prinzip so drei Kerntipps gekommen, die man für Informatik einfach braucht, damit du deine mündliche Abiturprüfung richtig gut machen wirst. Das Entscheidendste in Informatik ist erstmal, dass du einfach erkennst, dass Informatik absolut das eine Fach ist, wo du einfach alles selbst machen musst. Es bringt dir Informatik so, so wenig, so, so wenig. Wenn du irgendeinen Quellcode auswendig lernst oder dir von irgendjemand anders irgendeine Sache schicken lässt und dir dann einmal das drüber liest und dann denkst du kannst es irgendwie, weil du es einfach verstehen musst. Du musst es wirklich verstehen. Informatik ist einfach pure Logik. Das ist so, wie wenn du in Mathe die in der Hausaufgabe schicken lassen würdest von jemandem, einmal kurz drüber lesen wirst, ohne versuchen, das überhaupt richtig zu verstehen und dann dir zu sagen, ich kann jetzt Mathe oder bin für die Klausur oder für die Abiturprüfung vorbereitet. Das ist einfach vollkommener Schwachsinn. Deswegen, gerade in Informatik ist es so wichtig, dass du alles selbst erarbeitest. Bei der Selbsterarbeitung ist dann einfach das Internet dein bester Freund. Weil oft ist es einfach so, bei uns, unser Informatiklehrer war komplett fatal, dass du einfach nicht richtig lernst, was du lernen sollst. Dass du nicht wirklich mit dem Material versorgt wirst, was es dich am besten verstehen lässt, das ganze Thema. Und deswegen, gerade in Informatik, weil ja die Leute, die gut in Informatik sind, sich beispielsweise auch sehr gut im Internet auskennen und dann damit sehr affin sind und einfach Foren nutzen und so weiter, nutzt das Internet in Informatik. Weil, wie gesagt, erster Tipp wieder, erarbeitet dir alles selbst. Wenn du es dir selbst erarbeitest und du dann kannst du, du kannst dir sozusagen dadurch alles selbst erarbeiten, weil im Internet alles steht. Und deswegen nutzt ganz stark das Internet, super auch wenn du es einfach so grundsätzlich nutzt und dann kannst du einfach alle Themen, die vielleicht im Unterricht behandelt werden, aber entweder kompliziert erklärt werden, gar nicht erklärt werden vom Lehrer oder ihr vielleicht auch einfach als Übungsaufgaben nicht besprochen habt, dann kannst du selbst Übungsaufgaben nehmen, um das Ganze wirklich richtig zu verstehen. Bei den Übungsaufgaben wären wir auch schon beim dritten Punkt. Und zwar, programmier einfach so viel wie möglich. Ich glaube, dass es auch total wichtig ist für eine mündliche Prüfung, weil auch bei der mündlichen Prüfung zeigt sich ja in meinen Augen sogar noch weniger, dass auswendig Gelernte oder so, falls man das in Informatik überhaupt auch noch ein bisschen machen kann, aber einfach vor allem dein Verständnis, wirklich dein Verständnis und du verstehst Informatik in dem Moment, wo du selbst programmierst. Ich habe das so krass bei mir selbst gemerkt. So, ich dachte immer so, naja, wenn ich so auswendig lerne, was ein Integer ist oder irgendwelche Variablen oder ich lerne mir die Methode, lerne ich mir selbst auswendig und dann, wenn die Frage kommt, sage ich einfach, das läuft so, 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 so. Kann natürlich bestimmt auch funktionieren, wird bestimmt noch in der Prüfung teilweise wirklich so sein, dass du einfach nur was aus dem Unterricht stur wiedergeben musst. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, Snake selbst zu programmieren, mir selber Spiele überlegt habe, die ich damals in der 10. Klasse programmieren wollte, habe ich so viel krasser verstanden, wäre sicherlich für eine mündliche Abiturprüfung so viel besser vorbereitet gewesen, in dem Moment, wo ich es selbst wirklich gemacht habe. Und ich finde, in dem Moment, wo du auch wirklich programmierst für dich selbst, mit deiner Logik, steigt so krass deine Motivation und deine Leidenschaft für das Thema, weil du irgendwie merkst, geil, Alter, ich kann dann irgendwie am Bildschirm selbst was kreieren und ich kann es verstehen und das Ding kann das machen, was ich möchte. Und das fand ich immer total geil. Deswegen wirklich auch als Vorbereitung, programmier, programmier, programmier. Erster Tipp nochmal, versuch dir wirklich alles selbst anzueignen, wenn du programmierst, musst du es sowieso selbst machen, deswegen ist es quasi schon so eine geile Kombination. Und eben im Internet findest du eigentlich alles und deswegen versuch wirklich so viel selbst zu programmieren wie möglich, hol dir über das Internet die jeweilige Informationen und dann wirst du einfach vom Verständnis her, und das Verständnis ist das Wichtigste der mündlichen Abiturprüfungen, wirst du da einfach top am Start sein und dann das Ding richtig rocken. Ich glaube immer an dich, wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Ich bin von früher, ich weiß auch keine Informatik. Ich habe mich auch noch mit Leuten ausgetauscht, die richtig gut in Informatik waren. Um... Ich habe mich auch nochopic gehabt. Ich habe mich auch noch mit Lopez ensemble Sport im Laboration ausgespielt von Berlin in der Br jakim ist. Bis zum nächsten Mal.